gut weiter geht es hier bei der walking dead wenn du von hier wir haben jetzt die waffen besorgt sind von einem irgendeinem verletzt worden und müssen wohl jetzt zum doktor und die frage ist können wir vertrauen weiter geht's ok ach hei clemenstein Ja, Javi, was hast du? Hat er sie wieder dazugeholt? Ja, super. Das stimmt allerdings. Sie weiß, wer es funktioniert. Hm, das ist auch wieder wahr. Alles okay? Sieht mir nicht so aus, aber gut. Ich habe angefangen zu schlafen. Ich weiß, es ist ein Ding. Ich habe mit Frauen hergeleitet und sie haben es alle gehabt. Was ist das? Ich meine, warum ist es... Ich verstehe einfach... Warum muss ich diese Unterhaltung führen? Gut, das kann jetzt unerwartet. Klingt nach einem Plan. Ich weiß nicht, wie er dich hören kann. Dr. Lingard? Dr. Lingard? Dr. Lingard? Dr. Lingard? Kannst du mich hören? Na, da wird nichts gehen. Ne, da wird nicht viel passieren. Egal, machen wir das hier. Wache auf! Dr. Lingard! Dr. Lingard mit mir! Wow! Der Typ ist wirklich weg. Ja, da geht nichts mehr. Der ist wirklich weg. Ein Versuch, was wert. Ah, nur Pimmeln. Hier geht's. Ach, man zählt ja immer. Warum wirst du das einbauen? Ich weiß, es gehört dazu... zu einer Frau, aber... Das... Die Unterhaltung zwischen einem Mann und einer Frau ist sehr... Wie soll man das sagen? Nicht unbedingt angenehm. Um dieses Thema. Jackpot. Knopf und Fett. Alles sterilisiert und bereit zu gehen. Cody. Hm. Nicht viel mehr. Es sieht aus, wie viele Schmerzen in hoher Veränderung sind. Ich würde keine Medizine stehlen, wenn ich dich wäre. Es geht wirklich nicht gut. Hm, das stimmt allerdings. Na, komm. Wir sollten sie sich nicht weiterverkacken, als wir uns eh schon haben. Penicillin? Nicht, was ich für mich achte. Lassen wir's aber mal da. Oder? Na, ne. Ich kann auch gar nicht mehr. Aber ich glaub... Ich soll's lassen. Das... Vielleicht hilft... Vielleicht... Das ist nur was du schaust. Sie... Help you handle it. Kate'll take care of you. I'm dead on the inside. Think I remember how to do this. Okay. Hold still. Try not to breathe. Genau, das ist der Punkt. Ach, das ist allerdings sehr wahr. Es ist ein Butterfly. Goofball, eine andere? Welche machen wir weiter? Hmm. Wie geht es? Barsch, barsch! Barsch, barsch! Das ist ein guter Karn. Das ist immer so für ein Duck. Er wird das so schreien. Scheiße. Oh, scheiße. Hey, holen Sie die Leiter aus dem Duffel, bitte? Oh, AJ. Oh, fuck it. Nichts da. Oh, okay. Shh. Still not bitten, little guy. You know, first time I saw you holding AJ, it just looked so natural. Somewhere up there, his mama is looking down on you. Grateful for what you're doing. That car. Always putting him first. She called me family. I owe it to her. You're the only mama he's got now. Protective, loving, caring. All the things a good parent needs to be. And all at your age. But parenthood is a hell of a motivator, though. That's for sure. That kind of love. It brings out the best in us. I felt it with Lee. Yeah, he was a good man. Well, I could have treated him better. I know that now. That's true. Oh, kids are sick of the cold as I am. Bei kindern noch schlimmer als bei dir. Bei kindern noch schlimmer als bei dir. Snow you survive out here. Hoping that Wellington will take us in someday. I bet we find some good people down in Florida. Maybe even a little friend for this goofball. Wouldn't that be nice? We could use the company. Hell. Well, I know I could. AJ could use a friend his own age. I remember when you and Duck used to color together back at the motel. Helped him forget about all this. For a moment anyway. I'm sure it helped you too. Life doesn't mean much without people you can relate to. Sarita always said. Family. Is what you make it. She was right. I'm sorry for all this happy shit. I guess I'm just. Happy. Huh. First time in a while. Oh. Alright, alright, alright. Enough sap, Kenny. How about this one, little man? That's good. We've got each other. As long as we have that. We'll be okay. We know that all is not good as it is. I miss Kenny now and more. One month later. Let me go after the incident. Oh my god. Yeah, that's all. Wow, probably another one. Why should I just show you too... Where do you tell my kids. I mean he. Ken What do I hell... Me and myself. Is anything else anymore you do, as I'm afraid. What the time you didn't face. And I'm not really. Maybe this day. Well... You need toAD feet. Ma-a-a-a-a-a. Wer ist da? Alles klar, alles klar, es ist nur ich. Was du willst? Ich bin wirklich glücklich, dass ich dich gefunden habe. Clementine, ich weiß, dass das schwer ist. Ich bin so sorry, was mit AJ passiert. Wirklich, ich bin. Was passiert ist nicht einfach für uns. Du musst A.J. zurück, bitte. Er braucht mich. Ich brauche ihn. Das wird nicht passieren, Clem. Schau, es ist nicht viel, aber hier. Ich brauche ihn. David wollte, dass du das hast. A.J. drew es, nachdem du... Es hat ihn geblieben. Das... Ich brauche ihn. 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 Das Schlimme ist, alle die uns was bedeutet haben, sind gestorben. Ich weiß, dass du das so machen kannst. jemand oder etwas, er ist draußen. Ich hatte Lee. Du hast ihn nie gehört. Er hat mich unter anderem ein paar Zeit gelegt. Every time ich mir auf AJ... Ich konnte ihn in meinem Kopf helfen. Geh mir. Er ist... noch mit dir. Hier. So ist AJ. From the first time we met, right here, surrounded by absolute hell. You and AJ were a light in the darkness. Hope for a better world. That's who you are. Promise me you'll never lose that light. Please. It's what makes you special, Clem. It's what keeps the rest of us going. Okay, I promise. You're a tough kid. Don't change. I should get back before anyone notices I'm gone. There's an old airfield, about ten or so miles south of here. Prescott. There are good people there. I'm sure they'll help you out. I'll miss you having me around, Clem. But at least there's a good... At least there's a good soul in the Newfound here. And that's she. You're going to be okay. Thanks, Ava. Good luck out there, Clem. That's what keeps me going. There's things I have to stay alive to do. Yeah, that's what keeps me going. So, what do you think? I think I'm getting better. I owe you one. Add it to the pile. Yeah, that's true. Yeah, that's true. That's true. I think he'll be able to ask Lingard about AJ. I think he'll be able to ask Lingard about AJ. Or maybe he'll be able to ask him. Hello, Clementine. Javier. Thought you were rotting in a cell with David. Is there any chance he got out too? I hate to think about what Joan might do to him. Despite all her pleasantries, she's a cruel bitch. Joan took him before I got out. I haven't seen him since. That poor bastard. He's... He's not getting out. So schlimm. And there's only one sure way to get away from Joan these days. Und der wäre? Naja. If you think that you don't know David. I know he's the reason I lost AJ. When AJ recovered, David was the one who stepped up. Took personal responsibility for that kid. You say that like it's a good thing. I really doubt he was a positive. Influence. David's the reason the kid's better off now than... than he's ever been. You can be as mad as you want. About how... About how things panned out. The fact of the matter is... David's been good for AJ. Among others. Clem is AJ's family. No kid is better off when you break their family apart. Maybe you're right. Maybe AJ should be with Clem. All I know is... That he's better than he was when he got here. No thanks to you or David. I stand by what I said. If David's taken such good care of him... Why did he tell me to ask you where AJ is? That's what this is about then. You... You want to know where the boy is? Korrekt. Spucks aus. Hör auf, weitere Drogen zu nehmen. What do you want? I... I just want to die. I want you to inject this into me. Ich glaube mit dieser Entscheidung sehen wir uns beim nächsten Mal bei The Walking Dead und du von dir. Bis dann.